...Luft und wir liegen hier im Camp. Darf ich dir behilflich sein? Komm. Wenn euch eure Türe lieb ist, dann macht sie auf. Wir wollen nämlich raus hier. Gut, wie ihr wollt. Wir gehen jetzt. Oh, was ist das? Obelix, wo bist du? Hier unten bin ich, Asterix. Ich komm rauf. Warte, Obelix. Ich komm runter. Wirklich außerordentlich interessant, so eine Turmbesichtigung. Weißt du, Asterix, ich schäme mich für alles, was passiert ist. Es ist ja gar nichts passiert, Obelix. Nicht passiert, sagt er. Das ist doch die Höhe. Aus dem Weg.